jo was geht ab herzlich willkommen einer neuen rundes my conquest und zwar geht es heute moment ich muss mal kurz einkaufen hat meine maus alter leute ich spiele eigentlich ganze zeit ohne mouse Pads, aber ich glaube, ich brauche doch einen. Manchmal tut der so rutschen. Okay, ähm. Brauche ich ja nicht. Wollt ihr noch mehr gut? Ja. Ja. Ja, Leute, heute geht es mal wieder um ein Gewinnspiel. Ihr wisst ja Bescheid, wir haben oft Gewinnspiele. Wir haben oft Skincodes zu vergeben. Mein Acne. Okay, der ist da. Und zwar geht es diesmal um nicht einen, sondern direkt zwei Skincodes. Und zwar einmal um ein Yemoja Skin und das Apoche Skin. Ich habe gerade die Namen vergessen. Horrific Apoche, glaube ich. Dieses Halloween-Dings da, Boomstar. Ne, warte. Ich werde es einblenden. Ihr wisst dann Bescheid, welches ich meine. Komm, brenn. Ja. Diese beiden Skincodes gibt es zu gewinnen. Gleich auf einmal. Dafür müsst ihr... Was heißt, dafür müsst ihr... Also, wir machen das diesmal so. Diesmal geht es nicht um ein Zufallsprinzip. Und zwar kann man bei uns im Stream... Jetzt schon. Kann man bei uns im Stream... Ja, wenn man zuschaut, wenn man duelliert mit anderen im Chat, wenn man Roulette spielt, kann man damit Ehrenpunkte gewinnen. Und wir haben ja auch so ein Leaderboard, wer die meisten Ehrenpunkte hat und alles. Und ähm... Die Person, die am 14. um 20 Uhr irgendwie sowas hat. Keine Ahnung, wir streamen an dem Tag, dann sagen wir euch um wie viel genau. Die Person, die an dem Tag die meisten Ehrenpunkte hat, also der, der am Platz 1 liegt mit seinen Ehrenpunkten, gewinnt. Beides geht kurz. Wart mal. Fuck! Hm, okay. Kann ich nicht mal. Hier ist sie. Gleich mal zu Red sneaken. Genau. Die Person, die am Platz 1 steht mit den Ehrenpunkten, gewinnt beides für kurz. Am 14. diesen Monat. Nee, genk ich rechts? Stupid. Der Deck ist dicker. Schade. Machen wir mal schnell den hier. Oh. Oh mein Gott, der ist am Archer gestorben. Ich hab leider keinen Blink, ich hab gar nichts. Die Minions töten mich, wenn ich das... wenn ich dick gank. Ja, wie könnt ihr die Ehrenpunkte gewinnen? Hab ich das schon gesagt? Egal. Und zwar, wenn ihr im Stream dabei seid und zuschaut, könnt ihr Ehrenpunkte gewinnen. Je nachdem, wie lange ihr jetzt schon zuschaut, kriegt ihr immer Ehrenpunkte irgendwie. Ich glaub, pro Minute kriegt man Ehrenpunkte. Ich weiß auch nicht, bin mir grad nicht sicher. Ihr könnt Ehrenpunkte gewinnen, indem ihr euch mit anderen duelliert im Chat, indem ihr Roulette spielt im Chat mit euren Punkten. Also ihr setzt eure eigenen Punkte ein und duelliert euch mit den anderen und spielt Roulette. Genau. Und dann mit den meisten Punkten am 14. Kriegt beides gegen Kotz. So, wir backen. Eigentlich wollte ich bis ich 15,50 hatte, aber dauert mir zu lang. Oh nice. Was fürs Blatt. Digga, wie kann vier Minuten lang keiner sterben? So, der Unmut kommt auf der Solo-Lang glaub ich allein. Allein klar, oder? Uh, ich komme. Ich komme. Alter, der hat geäckert. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich werde auch in die Beschreibung das alles nochmal reintippen. Oh Gott, da ist eine Scylla. Und auch die Befehle, wie ihr, äh, was ihr im Chat eingeben müsst. Nein. Ja, und die Befehle in den Chat schreiben, was ihr, äh, in den Chat, in die Beschreibung schreiben. Was ihr im Stream dann in den Chat schreiben müsst, damit ihr euch duelliert mit anderen und so, für die, die es noch nicht wissen, die noch nie im Stream dabei waren. Jetzt werden sich ein paar denken, aber scheiße, hätte ich nur meine, meine Ehrenpunkte nicht so verballert, weil ein paar all-in gegangen sind. Ja, okay, das ist auch Dondino schuld. Der hat alle dazu, äh, dazu gebracht, all-in zu gehen. Und eine gewisse Iltis Klee, aka Jule, ist gestern mit ihren 11.000 Punkten auch all-in gegangen und hat alles verzockt. Ist das okay, Bruder? Weil ich hab keinen Blick. Okay, uh, nice. Nice, dicker. Ja. Tut mir leid für euch, aber so ist das eben. Jetzt müsst ihr versuchen, in zwei Wochen, bis in zwei Wochen, wieder eure Punkte zu sammeln. kinder von geisch gärgt. Klia, du kannst du auch nicht. Klia, du kannst du auch nicht. Du kannst du auch nicht. Untergang für bel现en. Untergang für den die Prozent. Du kannst du auch nicht. Und du kannst du auch nicht. By the way, Leute, guckt euch mal diese Skin an, dieses bloody Emia-Skin, das ist so geil. Mit Blutsporen bei jedem Schritt, alter, what the fuck, wie geil. Oh, Mann. Ist der Red da? Stabil, wir gehen nach rechts, wir sind eh schon low. Gut, dieses Game jetzt war ein bisschen unfair, weil der Susanne war nicht da. Aber es geht ja nicht um das Game an sich, sondern nur um das Gewinnspiel. Das wollte ich nur mal kurz vorstellen. Und hiermit viel Glück an alle. Gebt euer Bestes. Versucht beim Roulette nicht gleich all in zu gehen, damit ihr nicht direkt alles verzockt. Also lasst euch Zeit, ihr habt ja bis zum 14. Zeit. Und sonntags streamen wir ja wieder. Da könnt ihr dann schon mal versuchen, alles zu sammeln. Defendia hat kein Mana mehr und ich hab keinen Blink, aber... Ah. Ah. Ich bin der Zeit, um sich zu entfernen! Ihr Team hat eine Mittwoche in der Mittwoche gegründet. Hör auf, Mittwoche! Ich bin der Zeit, Mittwoche! Ein Mitglied wurde gegründet. Oh, Digga, dein Ernst? Ich hab keinen Mahner, Mann, das macht mir gerade zu schaffen. Wohl, Brauch Penetration. Und Movement Speed brauch ich auch, ich hol mir danach, glaub ich, eine dieser Ringen. Oder Windblade wär eigentlich auch nicht schlecht. Ja, Weakblade wär nicht schlecht. Sie sollte tot sein, oder? Wir gehen damit. Wir gehen damit. Ahem, ahem, ahem. Ich geh, glaube ich, noch rechts. Obwohl, diese Scylla geht mir auch auf den Sack, also weg. Habt ihr eigentlich mal beobachtet, was die Skins kosten bei Smite manchmal? Das ist so krank, Alter. Die übertreiben völlig. Ich weiß nicht mehr, welche Skin, weil ich glaube, dieses Nox-Skin, dieses Exclusive Nox-Skin kostet einfach 1500 Gems, also was man dafür ausgeben müsste, ein Geld eigentlich. So krank. Vielleicht ist das dieser Cupid erstmal der, Alter. Okay, dann war's das mit dem Game, Leute. Ich freue mich auf das Gewinnspiel. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht, damit mal mehr mitmachen. Ich gönne es euch allen, die Skincodes, wie ihr euch und uns alle, auch uns beiden unterstützt. Auch geil. Deshalb, macht mit, ich freue mich drauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Das真的是! Ja, das ist das- Ja. rehears lassen sie. Bis zum nächsten Mal. Hay. T Hannitya. Da. 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 Dä. Da.